Was geht ab, YouTube? Ah ja, es ist JSS10. Natürlich kommt ein Video von mir auf meinem Kanal. Heute, ähm, Rode IW. Ähm, einfach gechillt zocken. Und ja, wir hoffen, dass was Gutes rauskommt in den Lobbys. So. Nein, Jungs, nein, von hinten. Ja, Drohne. Zocken, gechillte Runde. Ihr seht, ich hab mir den in der Runde gestartet, weil ich gerade eine Aufnahme gestartet habe, aber die gar nicht abgekackt ist. So. 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 Wir zocken einfach nur noch gechillt. Machen wir so ein Real Talk. Ja, mein. Egal, Jungs. Egal. Ah, Jungs. Okay, wir werden... Dach, die Types spielen. Vielleicht schaffen wir sogar nie Jungs. Ich sag einfach mal nichts dazu, oder? Hä? So, Warden. Wie der heißt. Ich denke, das hat's uns gerade auf Führung gebracht. Jetzt wollen wir mal ein Pistol Kill machen. Ja, Mann. Wird schon gerne mal ein Pistol Kill haben. Nein, okay, da war noch einer hinten. Egal, 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 egal. Wir snipen eine Runde. Ich hab natürlich einen besseren Sniper, ja. Aber das ist zwei in ein, also Sniper und Maschinengewehr. Deswegen mag ich... Oh, mein Aim, Jungs. Mein Aim. Das ist doch schon peinlich. Ich mach mal typisch Sniper. Oh, mein Gott, er hat so kassiert. Er hat so den Turner und kassiert. Was? Ey, ich will jetzt mal die Drohne haben. Okay, eins vor. Machen wir jetzt mal die Titan. Mit dem Gegner. Nice. Nice. Er... Guck ihn... Er ist so ein No-Hand. Er ist bestätigt. Sender in Drohnenpaket wird Drohungen in ihrer Nähe entdeckt. Position markiert. Gib mir. Komm, mach hin. Okay, let's go. Bei unserem aktuellen Tempo werden wir siegreich sein. What the fuck? What the fuck? Okay, wir setzen eine Drohne neue... Ich hab sie am Ende so gerapet. Ich hab sie am Ende noch so hart gerapet. 2016, let's go. Oh mein Gott, Jungs. Ich hab sie so gerapet noch am Ende. Au, Quatsch, hab ich mit denen gemacht. Ohne Spaß. Äh, hab ich noch das neue... Äh... Ja, ja. Was hab ich jetzt hier? Hä? Wann weiß ich nicht. Irgendwas Neues? Gold? Hä? Hä? Woher hab ich Gold? Okay... Jetzt mal die auf Weiblich trinken kann. Ähm... Versteht man noch nicht, was ich neu hab? Egal. Das ist die nächste Runde. Und das ist halt wieder auch die letzte Runde jetzt so. Und mal gucken, wie die jetzt laufen wird. Verfeindliche SDF-Einheiten im Einsatzgebiet. So... Natürlich nehmen wir jetzt auf der Map... ...die Teschner. Weil... Ja, weil ich Lust drauf hab. Und... Ich hab den Verfeindlichen... ...Scan. So. So, let's go. Weibge mir das erste Prestige, ich krieg mir die Ursa. Okay. Leid mich. Boah. Okay. Okay. Also, hier ist sie. Ich lebe meine Technik. Ich will grad noch davor sagen, ich hab ein krankes Aim mit der... ...und neuner Sekunde veräm ich so hart alles ohne Fang. Ohne Fang, Bruder. Gut, kämpfen. Er hat die X-Eon im Gold. Hä? Ich war ja schon One-Hit. Wieso? Ich war ja schon. Oh Gott, ich war ja. Nein! Oh! Okay. Okay. Kein Problem. Komm ich wieder von außen? Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Okay. Okay, 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 okay. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Feindlicher Skarabair ist aktiv. Der Feind hat eine Drohne gestartet. Okay. Kurz was stecken. Hä? Okay. Nein, hinter mir. Okay. Schade. Trotzdem hat er gut gemacht. Okay. Schade. Zwei AKDs noch da. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Konzer Drohne. Mann. Ich habe eine feindliche Drohne in ihrer Nähe identifiziert. Ich habe eine feindliche Drohne in ihrer Nähe identifiziert. Ich habe eine feindliche Drohne in ihrer Nähe identifiziert. Ich habe eine feindliche Drohne in ihrer Nähe identifiziert. Ich habe eine feindliche Drohne in ihrer Nähe identifiziert. Ich habe eine feindliche Drohne in ihrer Nähe identifiziert. Ich habe eine feindliche Drohne. Das meint ihr, ist Let's so krank. Okay, teammate fortress. Okay, okey-dokey. Es lädt mega krank. Verbindete Drohnenunterstützung aktiv. Okay, neues gespielt, oder? Let's go! Nice! 18-15, davor irgendwas gleich mit 20. Ich weiß, ich hab nicht mehr. Aber geile Runde. Ich würde sagen, wenn ihr das Video gefallen habt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein möchtet. Wenn ihr das Video gefallen habt, dann lasst mir was, ob ihr müsst. Ich wär cool. Und euch sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Und... Tschau! 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 Tschau!